Das Geheimnis um die nächste Penisonic-Kamera ist offenbar gelüftet und plötzlich soll auch Fuji an einer ganz neuen Kompaktkamera arbeiten. Und zwar mit Mittelformatsensor. Springen wir vom 10-Meter-Turm in die Themen der Woche. Zeit für Fotografik-News. Volle Transparenz. Ich habe gestern nach einem Halbmarathon wirklich miserabel geschlafen und daher fällt die heutige Ausgabe von Fotografik-News wahrscheinlich ein wenig kürzer aus. Mein Name ist und bleibt aber Benjamin Lux und eine Sache bleibt ebenfalls unverändert und zwar unser Sponsor Fotokoch. Just heute am 10. Mai startet bei eurem und unserem Partner für Fotografie und Videografie eine neue Nikon-Aktion. Dabei gibt es bis zu 700 Euro Rabatt, Sofortrabatt auf ausgewählte Kameras, Objektive und Ferngläser. Alle Infos findet ihr über den Link in der Podcast- und in der Videobeschreibung. In den letzten Wochen gab es immer wieder Hinweise auf eine gewisse Kameraüberraschung von Penisonic und jetzt ist das Geheimnis mehr oder weniger gelüftet. Denn zwei sehr zuverlässige Quellen bestätigen, dass es sich um eine kompakte Vollformat-Kamera mit L-Mount zu einem vergleichsweise günstigen Preis handeln soll. Der Fokus in der Zielgruppe soll dabei, ähnlich wie bei Sonys ZV-Serie, auf jungen Content-Creatoren liegen. Als Vlogging-Kamera soll es dabei ein Display geben, das sich seitlich nach vorne drehen lässt. Auf einen elektronischen Sucher soll Penisonic allerdings verzichten. Zu den technischen Daten gibt es aktuell noch nicht so wirklich viele Informationen. Immerhin soll die nächste Penisonic-Präsentation aber nicht mehr lange auf sich warten lassen. Vielleicht habe ich in den nächsten Wochen also schon neue Infos für euch. Bleiben wir noch einen Moment bei neuen Kameragerüchten. Denke ich an die letzten Ausgaben zurück, dann scheinen viele Kamerahersteller aktuell an kompakteren Kameras zu arbeiten. Und auch letzte Woche hatte ich vermutet, dass das unter anderem an dem Erfolg der Fuji X996 liegen könnte, die als kompakte APS-C-Kamera mit hoher Bildqualität schon wieder komplett ausverkauft ist. Ausgerechnet Fuji soll jetzt neuen Gerüchten zufolge auch an einer neuen kompakten Kamera arbeiten. Die Kollegen von Fuji Rumors wollen dabei erfahren haben, dass es sich um eine Kompaktkamera mit Mittelformat-Sensor handeln soll, die im Jahr 2025 auf den Markt kommt. Mit den GFX-Modellen führt Fuji ja bereits Mittelformat-Kameras. Die in der neuesten Generation in puncto Autofokus und Geschwindigkeit fast mit aktuellen Systemkameras mithalten können. Fuji macht also im Mittelformat echt große Sprünge und da ist die Entwicklung eines besonders kompakten Modells ja gar nicht mal so abwegig und meiner Meinung nach auch echt spannend. Wie genau das Ganze aussehen soll und ob es dazu auch kompaktere Mittelformat-Objektive gibt, das steht aktuell noch in den Sternen oder wahrscheinlich intern auch irgendwo auf Dokumenten von Fuji. Erst einmal soll Fuji am 16. Mai aber die neue GFX-100S II, also auch eine Mittelformat-Kamera und die neue X-T50 präsentieren. Vielleicht gibt es ja dann schon Hinweise zur kompakten Mittelformatlerin. Wartet ihr gespannt auf die Nikon 6.3, habe ich leider für euch keine guten Nachrichten heute. Denn die nächste Nikon soll wohl doch nicht im Mai vorgestellt werden. In den letzten Wochen gab es immer wieder Anzeichen auf eine baldigere Vorstellung der Kamera. Zuletzt sogar ein Foto, das die Kamera angeblich schon zeigen sollte. Während wir bislang von einer Nikon-Präsentation im Mai ausgegangen waren, sollen die Kamera neuesten Informationen zufolge erst im Ende Juli vorgestellt werden. Die Infos stammen von der Seite Nikon Rumors, die zuletzt aber nicht immer richtig mit ihren Prognosen lag. Die Gründe, die Nikon Rumors anführt, klingen allerdings zumindest plausibel. Einerseits soll Nikon zurzeit zusätzliche Qualitätstests durchführen, um so Rückrufprobleme wie bei der Z8 und bei der Z9 zu vermeiden. Mit großen Rabattaktionen, wie sie auch gerade bei Fotokoch laufen, soll das ältere Modell vielleicht auch noch ein bisschen stärker abverkauft werden. Zu guter Letzt gab es ja dann auch noch die Übernahme vom Filmkamerahersteller Red, der ebenfalls zu Verzögerungen führen könnte. Eine Sache bleibt allerdings gleich. Abonniert ihr Fotografx News auf YouTube oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Dann werdet ihr die Vorstellung der Z6.3 auf keinen Fall verpassen, denn natürlich halte ich euch auch hier auf dem Laufenden. Sigma hat inzwischen bestätigt, dass man am 16. Mai ein neues Produkt vorstellen wird und mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um den Nachfolger des beliebten 24-70mm f2.8 aus der Art-Serie. Während wir das letzte Woche schon wussten, ist jetzt auch ein Bild vom neuen Objektiv im Netz aufgetaucht. Dort sehen wir, dass Sigma bei der zweiten Generation des lichtstarken Zooms einen Blendenring nachliefern wird. Die vermuteten kompakteren Maße lassen sich auf dem Bild allerdings noch nicht so wirklich erkennen. Ja, im Gegenteil. Mit einem neuen Blendenring wird das Objektiv sogar ein bisschen größer als das alte 24-70mm. Die Seite des Sony Alpha Rumors bestätigt in einem weiteren Beitrag aber, dass die neue Variante ein klein bisschen kleiner sein soll. Also, Frage an euch, was hättet ihr lieber? Ein Blendenring bei ähnlicher Größe oder ein kompakteres Objektiv mit Blenden... Ne, ohne Blendenring? Schreibt es mir in die Kommentare oder auf YouTube. Unter meinem Wochenrückblick geht es natürlich auch, der immer samstags auf fotografx-magazin.de erscheint. OM-System stellte im Januar dieses Jahres ja bereits die OM-1 Mark II vor und neue Gerüchte sprechen jetzt von einer neuen OM-System-Kamera, die in der zweiten Jahreshälfte präsentiert wird. Dabei ist noch nicht ganz bekannt, um welches Modell es sich handeln soll. Möglich wären allerdings die OM-System OM-10 als Einsteigermodell, der Nachfolge der OM-5, die aktuelle Version verfügt ja schließlich nicht einmal über einen USB-C-Anschluss, neue PEN-Modelle wie die EP8 oder die PEN-F2. In einem Interview hatte OM-System nämlich durchblicken lassen, dass Kameras im Stile der PEN-E P7 zukünftig wieder eine größere Rolle im Sortiment spielen sollen. Oder auch möglich wäre ein waschechter Nachfolger der OM-D EM-1X mit Profigehäuse und integriertem Vertikalgriff. Dieser Release ist am unwahrscheinlichsten, allerdings gibt es durchaus Hinweise auf eine neue High-End-Kamera von OM-System. Diesen Hinweis auf Infos zu einem neuen High-End-Modell haben wir übrigens in Kommentaren unter maxnews zur neuen OM-System bekommen. Also vielen, vielen Dank an den User Renny T, T dabei großgeschrieben, der uns auf den Hinweis aufmerksam gemacht hat. Und damit will ich euch noch Danke sagen, dass ihr auch wieder diese Woche mit dabei wart. Nächste Woche wird es eine besonders spannende Ausgabe von Fotografx News geben, denn mit der Fuji-Präsentation und dem Release des neuen Sigma-Produktes lüften sich einige Geheimnisse aus den letzten Wochen. Also sehen wir uns dann wieder. Perfekt. Auf Wiederhören.